Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Als wir Ihnen unterstellt wurden, Colonel, da machten Sie sehr deutlich, dass wir niemals Neger finden würden, die die Pilotenprüfung erfolgreich bestehen, das Flugtraining absolvieren und einen Luftkampf überleben können. Wir haben all das erfüllt. Ihre Luftkampfstatistik kann nicht einen einzigen Abschuss vorweisen. Es ist schwierig, den Feind abzuschießen, wenn man sich 100 Meilen hinter der Front aufhält. Was wir hier tun, ob wir es gut machen, ändert es was. Was haben Sie denn erwartet? Dass Sie sich einschreiben und auf einmal 100 Jahre Bigotterie vorbei sind? Kopf hoch! Sie sind Kampfpiloten. Wir haben ein Recht für unser Land zu kämpfen, so wie jeder andere Amerikaner auch. Wir werden nicht aufgeben, niemals. Ja, so macht man das. Das wird gut. Und los geht's! Was war das denn? Am letzten Flugzeug, zuletzt Patrone, zum letzten Mal kämpfen wir! Kämpfen wir! Kämpfen wir!